ja dann gleich noch der jacht jungs hallo damit bekommt man wieder zurück und wird voll überrascht egal ich fliege ins wasser okay es funktioniert nicht von der höhe ich wollte ohne falsche wasser fliegen und jetzt nicht ganz geklappt da war die wasserdichte zu stark keine ahnung wahrscheinlich die oberflächung oberflächenspannung zu hoch ich bin direkt in der empfügel ja so macht man das gut okay da haben heute ja wahrscheinlich letzte ich weiß es noch nicht aber so wie die beiden gelaufen sind ja ja dann haben wir ein bisschen was zu tun erst mal wie gesagt aber wieder ein bisschen was geschafft zwar nicht so viel wie die letzten male aber ein bisschen wird aber es macht nur unterschiede wenn man dann eine folge hat oder zehn minuten geht oder wenn man dann 37 minuten oder so hat und dann halt so müssen wir aber auch fast gekämpft im pool das wurde ich heute schon mitten an der mission weißt du weggeruht dort ich bin der fleischwolle so jetzt lande aber nicht hier im pool so ich habe den anderen heli da raus und jetzt muss ein neuer heli rein das ist es für mich wohl keine helikopter waschanlage ich bleib ganz entspannt meine helikopter baden helft bist du oft allerdings nein ich bin auch im wasser ich mache sport ich schwimme den weg ich bin der gestorben macht ja ja weg die paar meter kann nur noch schwimmen er sagt was und schön er hat es aber gut aber du hast mich nicht getötet ich habe da unten ist du bist auf mir gelandet ja ich wusste es doch bei euch beiden knistert hat das hat mir auch mal spaß ich doch ihr beide könnt ihr gerne euren spaß zusammen zusammen 21 21 schlimmste jemals leben keine verurteilung hier für regenbogen und so was war das denn keine ahnung marcus wirst du mit der menschen ding nicht die gegend ich bin der terrorist du bist der terror starte die mission kefft sonst brauchen mich gleich gar nicht mehr machen okay dann starten wir die nächste mission ich weiß nicht wie viele sind halt insgesamt keine ahnung wo die sind wie viele das sind ich kann nämlich nicht einzeln durchgehen ich kann nur bald gemeine namen aber so an deck ja dann ja du müsstest dann noch reinkommen skorpion ja ich bin dabei so wenn ich dann starten darf dann doch da bitte bescheid ja bin bescheid bereit marcus ich bin bereit da sagt er was auf geht's in den abgründe man weiß es nicht das ist lustig man weiß einfach wenn man was neues macht dann weiß man nicht was einen erwartet und da ist es momentan bei diesen superjagd mission diese mission sind wie eine pralinen schachtel man weiß nie was man kriegt wieder so toll kapitän hast ja jetzt hängt der heli schon wieder da unten dran das gefühl hängt da irgendwie jedes mal hin aber ich glaube weil ein heli muss auf der jacht sein und wir haben ja mal einen der gespawnt die steht halt immer da steht nicht da die schon nehmen auf der anderen seite ja richtig nicht mehr als recht städte mir auf der andere wir müssen zum jacht haben da soll zum zu verkaufen und der flug eingelötet ok dann muss ich sagen wir müssen auf dem freien auf dem links wir hatten die das fliegen beigebracht jesus ich bin bewusste ich habe ein bisschen weiter weggeblieben worauf müssen wir schießen auf das rote ich sehe es ich stehe die tooler die frage was ist denn die tooler was muss man da stehen ist dass sie dass sie ein wasserflugzeug so eine art wasserspannschutzflugzeug da die halt aber gut was aus die jungs es geht das schöner los die kopf wollen mitspielen ich kümmere mich um die cops ja bin auch schon dran fliegt hier zwei die wasserflugzeuge mit uns in das 2 ja weil dann kann ich schon links daher gehen wenn es möglich ist für den fall dass man hilfe braucht ich wollte erstmal schnell die dinge ja da muss immer noch einer stehen hinten in der ecke weiter gehe ich noch was auch hinterher ich fliege ich fühle mich mit dem heli wohler steigt jetzt einfach ein ja wir müssen jetzt auch langsam raus für den verweiler hat die kopf auch dabei sind ich gehe gerade schon ich gehe schon hoch so ich fahrt da schon mal mit links hoch begibt sich zum kartflug bei der fliege an der luft ja sehr gut so mein fliege ich jetzt hinterher kopf bin ich los wer ist denn der erste der hier unten ist über unter mir ich glaube ja ja alles gut seh ich weiß nicht wie ich mehr wasser auffülle ich gehe den helik holen wie man wasser auffüllt ja im wasser land habe ich gerade gemacht ich fange den heli ab hinten ich glaube marcus du hast nämlich gleich einen besuch gerade bei dir ja deswegen sehe ich ja gar nicht komme zurück ich sehe schon was da kommt was ist los hey die zweck gleich da ist noch einer heli da kommt noch einer pass auf was du hast du super skarpfen was sagen hier die bei dir aber da habe ich ich brauche mich dran bin wenn jemand leben verloren du ich ja du bist in den roten gerannt du bist auch ein beides durchstatter marcus hat dich erledigt ach ja du bist in den heli rotor gelandet ich bin dumm da unten steht da noch irgendeiner ja hatte ich der heli fängt mich gerade bis er mich gerade ein bisschen gehen wir nicht auf den sack alter ich hasse dich dass ich jetzt wieder beidrehen muss weil er mir ich habe ein bisschen ärgert jetzt ist er da und mein gott ich sehe die heiser hier machst du eigentlich auch noch feuer aus oder ja ich muss ja auch mal dann nur nach wasser zwei minuten noch da kommt der nächste ja solange du dich auf mich beschränkst mein freund ist mir das herzlich egal hau ab von mir warum treffe ich in das scheiß ding jetzt ist er da ich muss kurz aufhören naja warum auch immer das denke knapp vorbei so als gegen 1 2 hast du schon mal verloren mein freund naja es wird eh nix 1 habe ich aus ja minimal ist noch einer ein feuer ich habe schaffen mal nicht wird nix ich denke dass wir da auch wieder ausbohren es hat voll schwer da sein zu schätzen wo am besten oder ist das was ich weiß nicht wie sagen wie es ist aber wahrscheinlich einfach ein bisschen drauf regnen lassen so dass du quasi dann kurz vorher das los lässt und dann quasi drauf regnen lasst ich kann sich einschätzen ich bin da kein profi drin und ich traue mich auch nicht ran ich bleibe bei mir ist richtig so aber wenigstens erstmal gleich wieder bei den ja super dann mache ich das gleiche machen wir gleich wieder ich gehe wieder mit mir die hoch wie es ist aber jetzt wieder komplett vor voller leben das wusste ich zum beispiel nicht mit diesem schnell start er habe ich die ganze zeit benutzt um so schnell wie möglich wieder aus dem wasser hoch zu kommen da das ist tx na kommt So, 5 Minuten. So, den einen Heli habe ich nochmal runter. Da ist der nächste Dreck. Scheinbar wollen sie verhindern, dass hier... ...dass hier irgendwas passiert. Heli weg. Sehr gut. Bro, der senkrechte Modus bringt's ja voll. Habe ich überhaupt was getroffen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es bei mir auch nicht gesehen. Eine Anzeige wäre halt geil, wo sie zeigen würden, wie viele noch. Na, der fährst du ja die blauen Punkte. Nee, das ist unser Wasser. Achso, ja. Alter, ich fülle gerade ernsthaft im Pool auf. Alter, warum gehst du denn raus mit dem Modus? Ich fülle gerade ernsthaft im Senkrechtstarter-Modus im Pool auf. Auch nicht schlecht. Das ist eine Heli. Das ist ja der Ex-Heli da hin. Hier bei uns. Ja, ich sehe es gerade. Aber der... Ich sehe wirklich, wo der sich gerade befindet. Ich kenne die gar nicht, ich kenne die nicht geordnet, gerade. Wo ist denn der? Ach, hier. Jetzt ist er dran. Erstmal ein paar Sand in den Kopf weggeschlagen. Krankehütz, Level 280. Ich glaube, die meisten Feuer habe ich jetzt ausgekriegt. Das müssten die noch ein oder so sein. Der Senkrecht... Der Senkrecht-Dingsflug ist echt geil. Ich werde beschossen. Ja, ich sehe es. Oh, scheiße. Es war genau da vorgeflogen. Ja, alles gut. Ich mache das schon. Okay. Der wehrt sich, der Heli. Ja, jetzt habe ich ihn. Lass mal schauen, welche jetzt... Ah, da, die bremen noch. Die bremen noch. Ja, ja, ja. Beruhig dich noch. Bleib mal ganz entspannt da unten. Oh, Alter. Zurück, zurück, zurück. Ich habe keinen. Da ist ein Heli. Ja, ich habe es gesehen, dass der runtergegangen ist. In dem Moment, wo da einer von euch war. Ich kann aber nicht lenken, wo die runterfallen. Okay. Das ist mal weiter hier. Zum nächsten Zielort. Jo, mein Teil hat mich einfach überrollt. Da hinten. Ich habe so ein klitzekleines Problem. Ich komme in Minecraft nicht mehr rein. Das ist nicht wahr. Was kommst du nicht? Ich komme in Minecraft nicht rein. Jetzt. Gut. Noch drei Stück. Ich habe die meisten schon erwischt. Die meisten vorher auch. Ich bin da auf der Welt. Zwei Helis. Wieder. Genau. Obwohl ich eigentlich voll im Dingsmodus dran bin. Bei einem. What the fuck? Herzhaft? Warum? Bist du zerstört worden von der Heli oder was? Manche ein. Okay. Die hat nur explodiert. Ja, weil eigentlich habe ich die vorher. Hätte ich sie voll erwischen müssen. Weil es genau im Modus hat er gedreht. Doch die Raketen sind immer rechts links vorbei gegangen. ja na toll so letzter versuch jetzt wo wir aber stehen ja der data war den zweiten teil nimmt er gerade alter dieser schnellstart modus wenn so eine achterbahn wäre jetzt ist er dann vorsichtig runter den hat er erwischt glaube ich von euch ne okay gefühlt weil er hat mich so als wäre der auf einem gelandet ja ja der ist an mir dran knapp vor mir mhm aus aus pfff aus aus Mann ey wo sind die denn da paar schwende von mir ist gerade der unter mir aus oh beide fuck jetzt ist er da deine Fresse irgendwann auch immer gut so jetzt müssen wir einfach mal zurück zur Jagd fliegen ja nur bestimmt im senkrecht start der flug da drauf landen wahrscheinlich wahrscheinlich ja 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 Gut, hier liest du dir wahrscheinlich weg jetzt. Wie weit ist denn die Jacht weg, ey? Na, die steht halt irgendwo dahinter, hinter dem Hafen. Na gut, die Mission steht auf schwer, ne? Abgesehen davon, deswegen sind halt wahrscheinlich ein bisschen mehr zu tun. Aber es gibt dafür halt gutes Geld. Ihr braucht ja nicht auf die Jacht, wenn du flach hinkriegst, wo das... Ne, einfach nur in der Nähe, in der Nähe ins Wasser landen. Was für eine Mission, ne? Oder was für eine Mission, ne? 16.000 für den Scheiß. 16.000. 16.000. Hat sich ja echt gelohnt jetzt. Für den ganzen Scheiß, die... Überleg mal. 43.000 für den Scheiß verkackten Kapitänvohlen, der gegen die Wandläufer. 16.000 für meine Fräse. Machst du einen Vergleich? So. Stimmt wohl. Und das A auf schwer und B auf doppelt. Ja, ist gut. Ich halte jetzt. Passiert. So. Gut. Dann sind wir durch. So. Heute. Und... Ja. Müssen wir mal gucken, ob wir die Woche nochmal treffen. Wird es dann wahrscheinlich hier haben. Ja, könnte sein, wenn wir Bock haben, Mittwoch oder so. Mal gucken. Ja, eben. Ansonsten halt spätestens Sonntag. So. Kohle einzahlen. Genau. Koks einzahlen. Mhm. Hey. Glaubte drei Millionen. Oder so ziemlich glatt. Boah. Okay. Das kam unerwartet. Ja, das war auch die Minigun. Markus, hast du alles eingezahlt? Warte. Ja, habe ich. Ich habe nur darauf gewartet. Ich habe nur darauf gewartet. Oh. Schön auf dem Weg geholt. Ja, Mama mia. Das war mir klar. Ich habe auch gar nichts mehr erleben gehabt. Ja, es handelte meine Leiche, genau. Ich sehe es noch im Linksmodus gerade, wie er schön noch versucht, mit dem noch draufschießen. Totenmodus. Ja. Ja. Na dann. Haut rein, Leute. Jo. Alles klar. Ich bin mir so schnell verzieht, damit er nicht weggeholt. Zahle ich dem Geld ein? Ich verstehe, wie ich das so kann. Oben. Du gehst aufs Handy unten. Und dann unten auf die... Also, Steuerkreuz hoch. Handy unten und dann unten auf Internet. Ja. Und dann siehst du verdammten Dienst und dann gehst du ganz runter auf Maze Bank. Und dann auf Einzahlen. Hauptmenü Einzahlen. Warum ist das ein Mittelfinger? Ja. Meine Ahnung. 1,352549 Millionen. Ich habe drei Millionen oder so jetzt. Na gut, wir haben ja eigentlich die Kontaktmission, da hast du extrem viel an Geld gemacht. Das ist ja jetzt, was wir heute noch verdient haben, ist ja harmlos. Also die letzte zumindest, die 43.000, also Standard 50, 60.000. Hast du pro Mission verdient, das ist schwer. Na gut, bis nächste Woche oder so. La Loans in der Luft.